Hallo ihr Lieben, das kennt ihr bestimmt auch. Menschen, die einen Raum betreten, eine Party, ein Unternehmen, irgendeinen sozialen Raum und die sich für die Größten halten. Also die glauben, sie sind der Nabel der Welt, alles dreht sich nur um sich, so richtigen Narzissen. So was kennt ihr bestimmt. Sobald man das erwähnt, muss man an irgendeinen Menschen denken, den man für genau das hält. Und umgekehrt kennt man natürlich auch Leute, die sich selber viel zu unwichtig nehmen, die immer sagen, nein, nein, es geht hier nicht um mich. Also mindestens bringen sie das durch ihr Dasein, zum Ausdruck, durch ihr Verhalten. Sie sagen es nicht immer, aber sie stehen auch nicht immer in der Ecke, aber sie würden sich nie in den Vordergrund rücken. Oft großartige Menschen mit ganz unglaublichen Fähigkeiten, Stärken, mit einer ganz tollen Einstellung auch, hochsozial, aber einfach nehmen sich sehr, sehr unwichtig. Die Frage ist, was davon ist wie häufig in unserer Gesellschaft. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr anfangt durchzuzählen oder mal vertiefte Gespräche zu führen über dieses Thema mit verschiedenen Menschen. Aber ich kann meine Erfahrung hier teilen. Meine Erfahrung ist, von der ersten Gruppe, diesen Leuten, wo man das Gefühl hat, man müsste man ihnen dringend die Luft rauslassen, die sind so verschwindend gering. Es sind so wenige, während die Zahl der anderen Gruppe, denen man ein deutlich größeres Ego wünschen müsste, Legion ist. Das ist die ganz überwiegende große Zahl der Menschen in unserer Gesellschaft. Also gefühlte Wahrheit, ich führe keine Statistik, das kann auch völlig falsch sein, aber gefühlte Wahrheit in meinem Leben, es sind 80% der Menschheit. Mindestens 80% der Menschheit haben ein, wie wir sagen würden, zu kleines Ego. Die nehmen sich viel zu unwichtig und das hat Folgen. Das ist nichts Gutes und es wird uns immer wieder verkauft. Das sei ja erstrebenswert. Nach wie vor wird in den meisten Ländern der Welt mit folgender Beziehungsbotschaft großgezogen, eben, nimm dich nicht zu wichtig, Eigenlob stinkt, Bescheidenheit ist eine Zier und oft wird es dann noch spirituell, religiös, esoterisch verklärt. Also es wird so getan, als ob Selbstlosigkeit eine ganz, ganz großartige Sache sei, die einen Menschen glücklich macht. Das ist eine Lüge, eine psychologische Lüge, es stimmt nicht. Es hat nichts damit zu tun. Also, wenn man danach fragt, ob es Menschen gut geht oder nicht, muss man ihnen einen gewissen, gewissen natürlichen Narzissmus wünschen, dass sie sich selber wichtig nehmen. Und warum ist das kein Problem? Früher mal hat man gedacht, das wäre ein Riesenproblem, weil man dazu, wie soll man sagen, so Leute züchten würde, heranzüchten würde, die nach der Devise, die gehen so ihren Weg und hinterlassen verbrannte Erde, wo die gegangen sind, wächst kein Gras mehr. Also Leute, man hat sehr stark in diesem Gegensatz zwischen Egoismus und Altruismus gedacht und hat dann geglaubt, dass wenn man also Menschen bestärkt darin, dass sie wichtig sind, dass sie einen Unterschied machen, dass es wichtig ist, dass sie da sind. Dass man damit den Altruismus von der Erde tilgt. Ja, also man hat gedacht, Selbstlosigkeit sei der einzige Weg, Altruismus zu fördern. Also eine prosoziale Haltung, eine zugewandte Haltung. Heute wissen wir, ja, die Psychologie weiß das, dass das genaue Gegenteil stimmt. Ja, wir sind von Geburt an soziale Wesen und das heißt, Menschen, denen es so gut geht, weil sie gute Selbstsorge betreiben, weil sie sich für wichtig halten. Sind genau die Menschen, die sich auch gerne um andere Menschen kümmern, weil sie das können. Wir sind unmittelbar verbunden. Wir sind sowieso verbunden. Menschen, die sich nicht kümmern, sind Menschen, die erst die Botschaft bekommen, du bist eigentlich unwichtig, du zählst dir nicht. Das sind Leute, die dann im Endergebnis egoistisches Verhalten zeigen. Das machen die lange nicht. Lange versuchen Menschen durchzuhalten. Also wir sind da echt treue Tomaten, loyal bis zum Abwinken. Das ethische Niveau, das eingebaute ethische Niveau ist so hoch, dass ziemlich schlimme Dinge passieren müssen, bis Menschen anfangen, dieses ethische Niveau abzusenken von sich aus, weil sie es jetzt wirklich zu sehr darunter leiden. Und dann kippen die und werden so Zyniker und Leute, die wirklich nur noch an sich denken. Aber vorhaben die einen langen, langen, langen Weg hinter sich, wo sie halt versucht haben, aufgrund von Selbstlosigkeit irgendwie durchzukommen und sich und andere glücklich zu machen. Bis sie dann gemerkt haben, das funktioniert nicht und dann ziehen sie oft nicht den Schluss, Oh, ich lag falsch, sondern ziehen die Schluss, die Welt ist scheiße, die Menschheit ist schlecht. Das ist der übliche Weg in dieser Form von Selbstlosigkeit. Die führt hochgradig in selbstschädigendes Verhalten. Solches soziales Märtyrertum, soziales Heldentum, so ein Helferkomplex oder wie auch immer wir das dann nennen wollen, ist alles andere als empfehlenswert, was viel mehr empfehlenswert ist. Menschen zu helfen, sich selber wichtig zu nehmen. Zu sagen, ja, du hast einen Unterschied. Und das ist lustigerweise den allermeisten Menschen nicht bewusst. Die allermeisten Menschen wissen nicht, wie wichtig sie sind für andere Menschen. Das ist sozusagen das letzte große Geheimnis der Welt. Unsinn natürlich. Es gibt so viele Geheimnisse zu entdecken. Aber es ist schon eine wichtige Sache, die sehr vielen Menschen wirklich umgekannt ist. Es geht sehr weit. Es gibt solche Menschen, die glauben, ernsthaft, wirklich, das glauben die zutiefst, dass sie kaum eine Rolle spielen als Eltern. Also es gibt Väter, es gibt auch sogar Mütter, die wissen nichts von ihrer Wichtigkeit. Die wissen nicht, dass alles, was sie machen und tun, Bedeutung für ihre Kinder hat. Mindestens in den ersten Jahren. Oft geht das noch sehr lange. Auch in Firmen wissen viele Menschen nicht, wie großen Einfluss sie wirklich haben. Also wir Menschen sind soziale Wesen. Wir beobachten die ganze Zeit einander. Was macht der? Was macht der? Was macht der? So Leute, wie der Robin Dunbar, dieser Anthropologe, sagt deswegen, dass der Grund, warum 75 Prozent unserer Kommunizierung aus Gossip besteht, aus Klatsch und Tratsch. Ja, weil wir sind soziale Wesen. Wir gucken halt die ganze Zeit, was macht der? Was macht das? Was macht der? Wie steht der zu dem? Also diese sozialen Verhältnisse sind wahnsinnig wichtig für uns. Das heißt, Menschen sind wahnsinnig wichtig davon. Und zufällig bist du ein Mensch und bin ich ein Mensch. Das heißt, wir sind wichtig. Ja, Definitionen. Wir können auch gar nichts dagegen machen, dass wir wichtig sind, aber wir können es ignorieren. Wir können es aus den Augen verlieren. Wir können glauben, unwichtig zu sein. Das ist also praktisch eine völlige Selbstverkennung. Wenn man nicht versteht, was für einen wahnsinnigen Einfluss man hat als Mensch auf andere Menschen. Jeder Mensch, wenn er will, ist einflussreich. Aber die meisten Menschen ziehen es vor, es vor sich zu verbergen. Und das kann man ihnen noch nicht mal vorwerfen, weil das ist anerzogen. Das hat man den Menschen so beigebracht. Ihr seid unwichtig, ist die Beziehungsbotschaft, mit der die allermeisten Menschen groß werden. Und dann werden noch Ideologien draufgesetzt, das dann auch noch gut zu finden. Also nach der Devise, super, dass ich mich jetzt selbst schädige. Das ist ganz toll. Dass ich selbst schädige und am Ende ein Zyniker werde, der eben glaubt, irgendwie nur Opfer zu sein und nichts gestalten zu können, weil man ja von seiner Unwichtigkeit überzeugt ist. So wie du irgendwann, wie du den Wald hineinrufst, du schaltest zurück. Leute, die sich selber unwichtig nehmen, werden dann auch von ihrer Umwelt irgendwann unwichtig genommen. Subgutan haben sie weiter unglaubliche Wirkung. Aber da läuft dann so ein, an der Oberfläche so ein Theater, so ein Spiel ab, das genau das Gegenteil behauptet. Und insofern ist eine der heilsamsten und größten Entdeckungen, die Menschen machen können, die Entdeckung ihrer eigenen Wichtigkeit. Also ich zum Beispiel mache das systematisch, ich forciere das nicht. Also ich sage mal so, in meiner Arbeit mit Menschen, ich habe kein Programm, weil das wäre aus meiner Sicht ein Kunstfehler. Also anders als hier in den Videos, verfolge ich kein Programm. Ich gehe immer von dem aus, was meine Kunden wollen. Ich habe gar keinen Willen. Aber dort, wo ich es erkenne, dass es da ist bereits für den Menschen, dass er sozusagen auf dem Sprung ist, sich selber wichtiger nehmen zu wollen, unterstütze ich das. Und ich kann euch nicht sagen, wie viele Leute ich schon getroffen habe, die eigentlich das Potenzial haben, echte Führungskräfte zu sein, und zwar fantastische Führungskräfte, die nur ein großes Problem haben, nämlich sie nehmen sich zu unwichtig. Ihnen wurde bisher nicht gespiegelt, wie wichtig sie sind und wie toll sie sind. Wurde es einfach nicht. Es hat die Welt versäumt, haben wir alle versäumt, gemeinsam. Und also das ist unglaublich, wie diese Menschen aufblühen, wenn man ihnen das auch nur so ein bisschen spiegelt. Also man flößt ihnen einfach sich selber ein, also wer sie halt auch unter anderem sind. Und das ist der Wahnsinn. Also das Potenzial an großartigen Menschen ist so groß in unserer Gesellschaft, dass das Potenzial, das wir nicht nutzen, ist so groß in unserer Gesellschaft. Und das kommt meines Erachtens aus diesen Botschaften, die wir uns die ganze Zeit schicken, von der kleinsten Kindheit an. Du zählst hier nicht, nimm dich mal zurück, nimm dich nicht so wichtig, aus Angst lauter antisoziale Narzissten zu züchten, während, naja, wir wissen halt mittlerweile auch, wie Narzissmus entsteht. Narzissmus entsteht nicht so, wie wir uns das vorstellen. Narzissmus entsteht dadurch, dass man das Ego eines Menschen derart bricht, dass der danach verzweifelt sich gut findet. Ja, also das ist so Zweckzwangsoptimismus, das ist ein Mensch, der verträgt gar keine Kritik mehr, deswegen, weil sein Ego so schwach ist, nicht weil es so stark wäre. Also man kann genau sagen, paradoxerweise ist das genau das Gegenteil wahr. Menschen, die sich selber wichtig nehmen, haben die geringste Narzissmusneigung überhaupt. die haben gar nicht nötig weil die wissen dass sie wichtig sind da muss ich mich nicht aufspielen das habe ich gar nicht nötig ich weiß dass ich wichtig bin muss ich nichts mehr machen dass ich wichtig bin bin ich ja schon das ist müssen ganze machen 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 wenn irgendwas schief geht in ihrer umwelt sind sie es nie gewesen das waren die umstände das waren die bösen anderen aber es waren nie sie weil sie das nicht mehr vertragen können ja also das ego ist nur gelastbar ist es so fragil wie man sein kann ja so glasknochen krankheit in seelisch ja das ist narzisst muss und das kommt nicht durch ein starkes ego zustande sondern durchs genaue gegenteil nicht durch durch ein starkes selbst sondern durch selbstlosigkeit die waren selbstlosen unserer gesellschaft sind die narzissten und das sind sehr traurige gestalten also wenn man einem menschen richtig was böses wünschen müsste müsste man ihm wünschen ein arzt zu sein weil es eine der schrecklichsten zustände sind in denen ein mensch überhaupt sein kann ceter um zensio demokratia ähm es sortierender